Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich für so einen großen Verein spielen darf. Ich will auch einfach da sein, wenn mal was passiert, will ich einfach zeigen, dass man sich auf mich verlassen kann. Ein großes Ziel bleibt, einen Titel zu holen. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich für so einen großen Verein spielen darf, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass ich jeden Tag Gas geben werde hier für den Verein. Ich habe mich von Anfang an gleich super wohl gefühlt, die Jungs haben mich super aufgenommen. Es war jeden Tag eine Freude, vor allem am Anfang in der Vorbereitung hier auf dem Platz zu stehen und zu wissen, dass man für Borussia Dortmund spielt. Es war eine sehr schöne Saison mit sehr vielen schönen Ereignissen, auch für mich persönlich. Ich kenne meine Rolle natürlich, weiß, auf was ich mich hier einlasse, versuche trotzdem immer Gas zu geben, auch habe ein super Verhältnis mit Gregor, ihn da zu unterstützen. Und ich will auch einfach da sein, wenn mal was passiert, will ich einfach zeigen, dass man sich auf mich verlassen kann. Welche Saisonmomente erinnerst du dich denn besonders? Für mich persönlich natürlich meine ersten Spiele in Kopenhagen in der Champions League, meine ersten Bundesliga-Spiele und gerade dann auch das Saisonfinale für uns alle hat man schon gemerkt, dass nicht nur wir als Team, sondern im ganzen Verein wieder ordentlich zusammengerückt sind, uns da sehr fokussiert haben, eine Menge entstanden ist, was auch jetzt für die nächsten Monate sehr wichtig sein wird. Ja, und das ist einfach eine Sache, die natürlich erst mal gebraucht hat, wo man das auch erst mal verarbeiten musste. Die Pause tat schon gut, er war ja relativ lange. Ich glaube, man kann auch eine Menge draus ziehen. Ich glaube, ein Stück weit auch eine Motivation. Das ist einfach ein Teil jetzt von uns, wie es jetzt am Ende gelaufen ist. Und wir wollen das wieder zusammen anpacken und das dann auch wieder in die andere Richtung gehen. Auch mit den Fans ist natürlich eine ganz andere Reichweite hier als da, wo ich vorgespielt habe. Aber ich genieße das einfach dann auch. Wenn man sieht, egal wo wir sind, ob natürlich heim, ganz klar, aber auch auswärts, sieht man immer eine Menge Dortmund-Fans. Das macht einen auch einfach stolz hin. Ein großes Ziel bleibt, einen Titel zu holen nach Dortmund. Und hier mit den ganzen Leuten dann auch am Ende Saison zu feiern.